ja johin leute und Prozent ja damit willkommen zu einer weiteren folge Minigames mit dabei ist natürlich immer noch die Cassie schon wieder vor allem aber richtig richtig ja und ich bin immer noch Block Party ich hoffe du verweigst jetzt nicht 5 auch wohl wohl fast in der Mitte nun und das sind jetzt zu weit verstreute Felder was kommt der Lundin bin ich hallo und das ganze sind platzieren er hat gerade gemacht so ein achter für jeden Ding wo man da richtig hat Prozent bekommt man einen Punkt oder was das ist falsch Scheiße oh Gott das war so gleich aussieht ja das ist halt echt scheiße mit mit dem gefärbten Lehm Martin Wolle nehmen können ja dass er erkennt man es wirklich aber Wolle kann man abbauen das Problem das ist oder nur ich war falsch auch nur die Lerke Gugnummer was ist ein frei 15 die 8er war der Punkt der Böckchen wo steht rechts unten ah ok ok du bist gejoint nein 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 doch hier nein doch nein oh man was ist das hier eigentlich blog party was ist das für ein buch willkommen zu blog party ja ok interessiert mich nicht was ist das ja bla 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 respekt anders hey du scheiß was weiß ich was don't hack das wär jetzt geil wenn da steht don't hack und dann hier wallhack anmachen einfach warte wo wischen du hin ach da nein was ist nechste don't abuse glitches ok be nice in chat no swearing wixer ich fache ich schreibe hier auf Ficken Ficker so jetzt bin ich sehr nice im chat man kann in der wenn du spornst also allgemein auf dem server ja wenn du da bist kannst du darfst keine Schimpfwörter schreiben warum das geht nicht da kommt so eine Nachricht wie nice in chat oder so krass ok so eine scheiße Spaß hey Casey probier mal den zu den den Schleimball der schmeckt sehr gut ja ich weiß schon den Trick ja nicht frisch du grad schon wieder nein sicher nein oh man vielleicht kann man das nicht hört und für die leute die sich fragen ups jetzt habe ich mein Mikro geschlagen für die leute die sich fragen ja was ist denn das für ein Akzent was die Casey da hat das ist kein Akzent das ist fränkisch fränkisch also sie kommt aus dem wunderschönen Bayernland also nicht hier aus meiner Gegend doch eigentlich schon ich könnte direkt zu dir fahren Bezug ja hast du belehnt ja du hast überlebt m so was kommt jetzt jetzt kommt jello jello nein das schaffe ich nicht okay das geschafft das leckt irgendwie voll habe ich das Gefühl ja naja ok aber das ist ein einziger Lauf und ich schaue noch so ne Mütter hallo 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 oh was kommt jetzt zyran zyran wo ist zyran hier wo du bist hier aus wie grau ganz ehrlich ja was gibt es jetzt ich kann bestimmt grün blick hallo 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 das ist meine Schuld ach so diese dinge oder was um die Leuchtfeuer was müssen die schlagen würden naja da bekommst du die und dann wieder kriegst du was guter oder schlechtes okay ich habe zum Beispiel das ist ein der Perle hat selber irgendwie verkackt so was kommt jetzt was kommt jetzt wissen noch gut dran was purple was ist purple was ist purple oh nein oh nur noch drei was blue blue oh pfff jawoll so siehts aus oha ich hab noch nie gewonnen echt jetzt ich höre immer nur deine top 3 also warte mal eine Runde legen wir noch drauf würd ich sagen hast du schon ne Lobby 8 gewinnst einfach ja äh wo sind die da ja hau rein okay du bist drauf was ist eigentlich so dein Lieblingsspiel außer Block Party Minigame oder Spiel also allgemeinspiel oder nur Minecraft Spiel ähm also vielleicht erstens mal dein dein Lieblings Minecraft Spiel ähm Moment ich will okay äh früher war es mal Heiligen Sieg aber irgendwie ist es mir zu langweilig geworden stimmt das habe ich auch gesuchtet und gesuchtet äh aber irgendwie wird es zu langweilig weil du halt nur ja kein Plan du kannst die andere Spiele nicht sehen oder trollen irgendwie geht das nicht an ähm wie gesagt Block Party mag ich jetzt voll und sonst ähm ja kennst du kennst du den Party Server ja das ist ja von denen geklaut irgendwie hm weil die haben ja so ein ähnliches Spiel deshalb deshalb denke ich mir auch dass da nicht mehr so viel los ist weil die ich hab ja Entschuldigung ich lass dich das ausreden Entschuldigung weil es so wirklich ähm ich sag ja ein neues Spiel jetzt mal in Anführungsstrichen ist es ja nicht ist ja einfach was geklaut ja mach ich aber öfter genau so wie ich den Sinn und ich verstehe zwischen den Unterschied zwischen ja ok gut zwischen Crankit und zwischen Cowboys und Indianern äh ne ich verstehe das nicht ne mh Moment wieder so ne Fresse ähm Cowboys und Indians da musst du jeweils eine bestimmte Person klauen und so zu dir holen Klauen ich hab dachte du musst du bloß die 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 töten musst du gar nicht ach so und Crankit da musst du halt nur töten und One in the Chamber ist auch wieder was anderes sozusagen also so bis ja One in the Chamber ist ein nummenbogen ja und schwer schwer auch ja ok was ist dann der Unterschied zwischen Crankit und One in the Chamber du hast bei One in the Chamber nur ein Fall den du schießen kannst und dann oh ich bin fail so ich sollte nicht reden bei dem Spiel du hast ja bei One in the Chamber nur ein Fall den du verschießen kannst und dann danach halt noch ein Schwert ja und bei Crankit ähm musst du ganz viele hintereinander töten dass du irgendwie den Crank Balken voll kriegst und dann kriegst du irgend so ne ach ja stimmt da explodiert man ja hm da musst du einfach so Katze irgendwie spawnen und ach ja ja ok gut aber ist eigentlich ähnlich aber ein bisschen anders ok ok gut aber so richtig den Sinn von Cowboys und Indiens habe ich nie verstanden ich sage ich auch nicht aber ich habe immer gedacht okay das sind jetzt zwei Teams und du musst einfach als Team das andere Team killen und wer halt am wer halt nachher keine Leben mehr hat weil da laufen da laufen ja Leben ab ja ja ok ja aber nein du weißt ganz früher wo noch der Aurora Gaming Server da war ja du weißt was mein Lieblingsspiel da war was meine Lieblings-Map wo ich so abgeschissen bin ist geh oder hm mit Minigames ähm Jump'n'Run echt jetzt ja irgendwie ich habe das gefeiert weil ich mich dann so aufregen konnte und wie viele leben denn noch guckst du guckst noch zu ja guckst was kommt jetzt zu ihr an ist das da ja ist das da wie viel leben denn noch 3 mhm schon wieder in den Top 3 fuck du hast bestimmt mehr schreib dir mal was in den Chat ich will wissen wie viele Punkte du hast gleich sofort zweimal gewonnen und oh fuck oh 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 wie viel leben noch immer noch 3 alter wollte ich mich verarschen tja ho 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 oh ne was zu ihr an ich habe jetzt zu ihr an haha nein ach ne das war Cray ach man ich habe jetzt 103 was und in der Lobby hatte ich 51 bei 110 bekommst du ähm bist du dann Party Animal ok natürlich hoffe ich dass es euch gefallen hat und dir natürlich auch mhm und ich denke dass es da auf jeden Fall wieder eine Wiederholung gibt von ich denke mal von einem anderen Minigame dann dass sie auch mal eine kleine Abwechslung sehen spätestens nach dem nächsten Wochenende stimmt da könnten wir dann auch vielleicht was anderes wie Minecraft nehmen also wir wir sind ja in Skype Kontakt und ähm auch so ein bisschen deshalb schreiben wir da auch viel und vielleicht ich sag mal vielleicht oder von dir aus auch vielleicht dass wir vielleicht na scheiße in den Spiel finden das du und ich vielleicht spielen keine Ahnung vielleicht schauen was ich so hat auf jeden Fall war es das hier für diese Minigames Folge und na schön Tag noch und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüssi